Grüß euch, da ist die Sonja Muriel vom Paradies auf Erden. Und heute ist ein Tag, wo wir die Samen legen, um alles aus unserem Leben zu entfernen, das uns noch irgendwie behindert. Die 7U ist die Phönix aus der Asche. Das heißt, hier können wir wirklich heute alles ins Feier geben. Das werde ich auch jetzt dann machen und alle Wurzeln ausreißen. Vielleicht hast auch du erlebt in den letzten Tagen, dass du auf eine energetische Art oder sogar auf eine sehr materielle Art und Weise angegriffen worden bist. Das sind einfach Versuche, dass wir nicht unserem Weg folgen. Und alle diese Wurzeln, denn irgendetwas haben diese Angriffe ja auch mit uns zu tun, irgendwo haben die ihre Wurzeln in uns, die können wir heute entfernen. Dabei wünsche ich euch viel Glück, alles Gute und wenn du Fragen dazu hast, dann melde dich gerne bei mir. Ich gebe immer wieder auch Seminare und Fortbildungen, Online-Kurse etc. und freue mich, wenn du Interesse zeigst. Gerne auch das Video hier liken, kommentieren, weiterleiten und den Kanal abonnieren. Ich danke dir, liebe Grüße vom Lichtnetz. Das violette Feuer brennt, brennt, brennt. Um elf immer und um fünf Uhr. Morgens, mittags, nachmittags und nachts. Ahe!